Großer Staatsmann, der aus Oberösterreich stammende Altbundespräsident Rudolf Kirschläger ist tot. Schönen Abend und herzlich willkommen bei Oberösterreich Heute. Altbundespräsident Rudolf Kirschläger ist heute Vormittag zehn Tage nach seinem 85. Geburtstag gestorben. Kirschläger hatte seit Jahren ein schweres Herzleiden. Das Ableben des über alle Parteigrenzen hinweg anerkannten Politikers löste tiefe Trauer in allen politischen Lagern aus.